Hallo Leute, herzlich willkommen und auf. Ich bin klar, das Vergeben und heute spielen wir, Leute, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde, ähm, ja, die Skylines. Ich mach mal hier kurz ein bisschen leiser. Leute, ich muss das aktuell durch ein Headset aufnehmen. Weil meine Musikboxen komischerweise kaputt gegangen sind. So, ähm, ja, eigentlich hab ich dieses Video nochmal aufgenommen jetzt. Also ich nehm das jetzt, das beide mal auf. Echt eine Alternative gesucht hab, wie ich dann halt doch ein Video machen kann, so. Und dann hab ich halt jetzt das hier alles so ein bisschen hinbekommen, an meinem Mikrofon angeschlossen und, ja, läuft jetzt alles. Ich hoffe mal, der Sound ist auch gut. Ähm, ja, weil mein Mikrofon das halt alles hier aufnimmt. Aber, ja, so. Ich hoffe mal, dass das allgemein gut ist. Wäre nämlich scheiße, wenn nicht. So. Wir können hier eigentlich wenig machen. Haben wir zu wenig Strom? Oh. Der Strom ist hier einfach nicht da. Jawohl. Ja, also eigentlich wäre hier Strom. Der liegt einfach daran, dass wir keinen Strom haben und auch kein Geld anscheinend. Kann ich mir einen zweiten Kredit holen? Hm. Darlehen. So. Okay. So. Haben Sie Ihre Gefühle? Ich habe ein schwarzes Niedergelder gefunden mit der PM. Hm. So, jetzt müsste das hier eigentlich nach und nach weggehen. Oder auch nicht. Vielleicht hier halt noch eins hin und noch eins hin. So. Ja, jetzt geht's weg. Danke. So. Äh, hohe Nachfrage nach Wohngebieten. Haben wir noch irgendwas frei? Nee, ne? Nö. Warte, blau. Hier kommt blau hin. Blau. Blau. Äh. Geht's nicht. Da auch blau. So. Hier kommt jetzt überall grün hin. So. Was macht denn hier Industrie im Wohngebiet? Hä? Muss man das checken? Egal. Ja, ich mache natürlich jetzt ein bisschen Minus, weil ich hier sehr viele Sachen weggemacht habe. Und das war meine Uhr. So. Also, warte, ich kann das hier mal alles wegreißen. So. So. Ja. Ich würde hier auch die Industrie tatsächlich wegreißen. So. So. Okay. So. Und jetzt einmal kommt hier noch grün hin. So. Genau. Und hier kommt blau hin. So. Und hier auch. Und hier ist dann die Industrie. Perfekt. So. Dann ist das hier nämlich auch nicht mehr so schmutzig. So. Jetzt ist hier irgendwas mit dem Strom. Strom. Hier gibt es ein Stromproblem, aber warum? Strom. Träppelbarer Strom. Oh. Irgendwas mit dem Strom gelöscht. Kann das sein? Ja. Stromproblem muss behoben werden. Nicht genügend Geld. 140 brauche ich. Ja, jetzt mache ich Minus. Ich kann wenig machen, außer jetzt. Ich kann jetzt wenig machen, außer zu warten. Und das Ding ist, ich mache halt Minus. Oh ja, komm. Ey, ich hasse dieses Game. Mann. So. Werdet ihr jetzt glücklich? Glücklich. Hier, Strom. Ist immer noch gut. Und warum? So. So, jetzt müsste ich hier weggehen. Junge, ihr habt doch jetzt Strom. Was wollten hier eigentlich noch alles? Wollen wir noch Kaffee und Kuchen haben, oder was? Ja, jetzt ist hier über Strom. Hm. Also, ihr habt absolut keine Ahnung, woran das hier noch liegt. Dass hier dieser Kack-Strom schon wieder nicht weggeht. Ja, nee. Mehr brauche ich jetzt auch nicht. Dann habt ihr halt Pech. Blöden Einwohner hier. Junge. Nicht genügend Strom. Ihr habt Strom. Das ist hier doch verbunden, alles. Hä? Ach so. Kann man denn nur so dumm sein? Man muss auch hier schon mal was hier anmachen. Okay. Okay. Jetzt funktioniert hier auch wieder alles. Junge. Aber die sind hier falsch. Kann man hier irgendwo auch diese... Verkehr. Verkehr, 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 Verkehr. Verkehr, hier. Ich weiß, dass es hier schlecht ist. Wie kann man... Hm. Egal. So, gehen jetzt die Zahlen wieder hoch. Ja. Perfekt. Nach Industrie. Brauchen die anscheinend wieder Industrie. Kann ich aktuell wenig machen. Da ich pleite bin. Yay. Ich bin pleite. Wow. Yo. Jetzt habe ich nur noch 9%. Prozent. Ah. Ich mache doch hier mit Plus. Warum mache ich da jetzt Minus? In einer saugen Schatten mit tollen Möglichkeiten, dann zu zunüssen ist ein Privileg. Danke. Ja, bitte. Ich bin gerade im Minus, aber egal. Ich kann jetzt wenig machen, außer zu warten. Hm. Ja, noch stehe ich im Minus. Ich schätze, ich kann wenig machen halt, ne. Das ist so ein bisschen das Blubbel. Oh. Ne. Ach, ja. Ey, eine Stadt... Also, ich bin kein Bürgermeister oder sowas sein. Das ist ja... Nervig. Abgesehen davon, dass man sehr viel Geld hat, aber... Ja. Die wollen hier so viel Industrie. Ich kann hier keine Industrie bauen, wenn ich 120 Dollar Minus habe. Ja, jetzt mache ich auch noch einen Minus mit den... Hallo, jetzt macht doch mal dieses Kack-Minus weg, bitte. Ja. Ja, danke. So, jetzt geht das hoch, dann kann ich hier gleich diese Kack-Industrie hinbauen. Ich kann eigentlich hier auch noch so Straße hinbauen, würde auch geil sein, ne. Ich finde dieses Rauchwahl ist erworben für einen Nichtraucher-Barki-Barki-Barki-Barki-Barki-Barki-Barki-Barki. Guck mal, diese Richtlinien sind schon seit zigtausend Jahren. Die Schule ist aus. Die Bürger ziehen die Arbeit der Bildung vor und nur ein kleiner Teil der dazu berechtigte Bürger geht auch wirklich zum Studieren an der Universität. Ja, wenn ich jetzt gleich aus dem Minus bin... Wir haben unseren Urbauverlänger. Könnte bitte jemand in der Zwischenzeit... Okay, das ist nichts für mich. So, wenn ich gleich aus dem Minus bin, muss ich ja erstmal gucken, wie ich überhaupt die Straße baue, ne. Ja, Junge. Achso, der ist so schon tausend. Okay, Leute. Ich würde sagen, die Industrie machen wir im nächsten Part größer. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, hopp, traumhaft, da war auch so ein Euer Sir. Ciao, ciao. Ciao.